Hallo, das ist Naomi. Das ist mir. Ihr wisst ja, ich gebe ihr bei meinen Umstylings immer so viel Mühe und es klappt wahnsinnig gut. Aber irgendwann komme auch ich an meine Grenzen und deswegen habe ich mir heute einen special Guest. Der Make-up-Artist of Make-up-Queens. Naomi ist hier. Oh mein Gott, look how beautiful you are. Und ich sehe einfach wirklich aus, als hätte ich Coronavirus. Das ist wirklich sickening. Ich kann ja schon mal erklären, was wir tun. Und zwar wollte ich eigentlich, dass mich Naomi einfach schminkt, weil sie es einfach unfassbar gut kann. Ihr müsst euch mal ihre Make-up-Looks auf Instagram angucken, Alter. Kannst du noch ein bisschen aus dem Film... Aber dann dachte ich mir, ist ja viel besser, wenn sie ein Auge schminkt und das zweite erst, wenn wir drunk sind. Wir kommen zu einer weiteren Folge Nüchtern vs. Drunk. Es wird ein Adventure. Ich hoffe, ich verliere kein Auge. Also jetzt, ich habe mich selber schon so oft drunk geschminkt. Ja. You're a slave for the pussy, no, not lie. Nicht unbedingt gut, aber ich habe es ja überlebt. Oh. Adrette. Aber nee, du hast ja die Passion. Ne? I will put my face onto your face, because that's the only thing I can do. Sehr gut. Hier der heilige Gral an meinem Zeug. Oh, no. Vor allem finde ich das voll komisch, weil der schon so... Wenn man den hier vorne zerquetscht, bleibt der einfach so. Iiiiih, was ist das? Ich weiß es doch nicht. Iiiiih. Ey, vielleicht werde ich danach auch endlich in die Beauty-Community aufgenommen. Wie stehen meine Chancen? Mit dem Beauty-Blender wahrscheinlich nicht so gut, oder? Weißt du, was ich glaube, was Corona ausgelöst hat? Was? Ich habe von Kelly jetzt ihre Foundation bekommen, ich habe ihre Concealer bekommen. Ich habe auch so Translucent-Püder. Von Laura Mercier. Von Laura Mercier. Laura Mercier. Geld habe ich, skill nicht. That's most of the Beauty-Community. Oh, shit. Oh, T-Bag. Ich habe so eine richtig trockene Fresse. Ich bin eher so die Euler-Beach. Ich bin aber beides. Kommt drauf an, wie scheiße der Tag ist. Ah, und wann ist er gut? Nie. Nein, ich meine, also... Beat that face. Das ist so fun. Alter, guck mal diesen Unterschied an. Oha, Fältchen. Guck mal, in der Kamera. Oho. Oh my Jesus Lord. Alle Männer so, ich wusste es, Frauen sind richtige Betrügiger. Ja. Ich habe mich aber so richtig am Nacken gewacht. Ich finde, das ist so richtig bewusstseinserweiternd für mich. Und ich denke mir so, wow. Ich hoffe das mal. Aber das passt irgendwie gar nicht zu deinen Augenbrauen, weil die... Oh, ey, du hast mich gerade nicht angerülpst. Sorry. Ja, ich fand das romantisch. Also wenn ich den Beauty-Blender benutze, finde ich anrülpst ihn auch nicht mehr schlimm. No, 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 no. Oh. Ja, eine Farbe. Oh mein Gott, diese Griffe sind so intens. Ach, es geht schon los. Jo. Du musst nicht wirklich Luft anhalten, da kannst du auch achten. Boah, Bruder. Sorry. Ich muss die ganze Zeit dran denken, wie du in die Palette gerübst. Oh, du kriegst richtig einen Paradiesvogel-Look, Alter. Alter, und das musst du gleich nochmal betrunken machen. Ja, hör mir auf. Seh ich auf oder zu? Ähm, so mittel. Oh. Aber guck mich bitte an dafür, ja? Also, du musst mich nicht angucken, aber ja, genau, so ist gut. Oh, Jesus Christ. Denk noch dran. Das musst du alles nochmal machen, wenn du betrunken bist. Bisschen sehr orange, du bist halt auch sehr, sehr kühl vom Typ. Oh no. Und dass nichts Schlimmes ist. Ach so. Das macht jetzt ein bisschen blöd. Guck mich mal. Hallo. Und, seht ihr schon einen Unterschied? Mit Unterschied. Mit Unterschied. Ich mach dir jetzt noch ein bisschen auf die Lower Lashline. Uh, Lower Lashline. Und der Mensch, der Mensch. Walala. Kennst du das, wenn da so Augenpopel rauskommt? Mann, ich liebe Augenpopel. Oh. Rauskommt. Auffremden. What's really? Girlie. 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 Sorry. Wieder mal zu viel ins Gesicht gespritzt, wer kennt das? Oha. Ich sehe aus wie ein Andromant. Und ich so. Gorgeous, Kelly. But like this highlighter. All. Who is this bitch? You look gorgeous on this side. I mean, you look gorgeous on the other side as well. Oh, danke. Just with a bit more makeup. Okay. Now to the finishing touch. Und dann sind wir mit der ersten Gesichtshälfte fertig. Und dann können wir saufen. Saufen. Okay, let's apply some lipstick. Digger. Bin ich fertig? Natürlich ist es on natural, weil es sind auch voll die crazy Farben. Aber ich denke mal, es ist ja auch was, mit was man Spaß haben kann. Und ich wollte unbedingt mal was Buntes haben, weil ich immer nur so braun oder so rosa Töne. Und deswegen ist es ein schönes Experiment für mich. Aber, auf was ich besonders gespannt bin, wie wir uns schlagen, wenn wir betrunken sind. Also, cheers. Cheers to the left side of your face. Yes. Lenni, könnt ihr mal in den Kommentaren schauen, welche Seite ihr besser findet. Warten macht selten Spaß, aber es wird sich lohnen. Wir sind back für die zweite Hälfte meines Gesichts. Okay, do it. Was ist eigentlich mit deinem Lippenstift passiert? Wenn ich so drunk bin, dann bin ich so ein bisschen mehr so prädestiniert zum Fluchen. Sehr gut. Das ist honestly sehr anstrengend gerade. Vielleicht muss ich ein bisschen Lipgloss drauf machen, weil ich will ja auch jude aussehen. Oh no. Yeah. Wow. Done. Amazing look. Boah. Hier, komm, hauen wir drauf. Komm mal ein bisschen näher. Du bist irgendwie so auch am Rand des Wahnsinns. Okay. Bin ich wirklich. Boah. Ergatt das. Jawollo. Ja, so macht man das. So habe ich das auch bei dem anderen gemacht. Fuck. Nein, oder? Nein. Koronta? Koronda? Ist schon alles gut. Oh, das macht man so. Make-up-Business. Oh, this is not gonna be possible. Du schaffst das. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Oh, fuck. Oh. I need a break. Oh, rub them down. Ah! I feel like something is wrong. Something is not right. Einigkeit und Recht und Freiheit. Das ist das deutsche nationalen Lümmel. Lümmel. Deutscher nationalen Lümmel. Oh, nein. Du hast dein Ouge aufgemacht. Oh, das ist so. Boah, digga. Fuck, ist mir ein Ombau. Fuck, fuck, fuck. Ich habe meine Fingersaschlein. Honestly, it was going so well. Aber das, that I could not fix. Fuck. Okay. Ich bin ready for the lash. Oh, fuck. You're not bumping your head. Oh, no. Okay. Jetzt warten wir erstmal, bis der Wimpernkleber. So weit ist, dass er auch wirklich klebt. It is. What did it is? Alkohol is very strict. Ich kann nicht glauben, dass du das gerade getan hast. I'm a local guy. Ich habe respektiert, dass es so knacken. Hang on. I'm not that sorry. Honestly, it's kind of a look. Und dein Make-up perlt das so ab. Und ich weiß nicht, was gerade in meinen Kopf gekommen ist. Aber wir können deine Haare so geil nach hinten machen. Und wir lassen das so wassertrocknen. Lass mich das einfach verblenden. Sehr gut. Ja, gut so. Ich bin confused, Bruder. Das ist halt auch eine schwierige Aufgabe. Sieht besser aus als vorher. Vorher? I got this bra. Zu mir bitte. Guck. Oh, ich habe deine Zahler angemalt. Ja. Oh, fuck. Was ist das? Your heart is sweating. Warum habe ich so einen Fleck? Honestly. Also, um fair zu sein, wirklich. Wir haben diese Stunde vor, äh, diese Stunde, diese Gesichtshälfte vor drei Stunden gefilmt. Die ist abgegangen. Und jetzt ist das halt die Drunk-Hälfte. Aber... Boah. I'm so sorry. Das ist mein finished Drunk-Make-up-Look. Ich kann nicht mehr. Leute. Wir färben jetzt noch Naomi's Haare. Ich habe das Video unten verlinkt. Geht's euch da rein. Zumindest haben wir uns. At least something. Bye. Bye. Bye.